Hi, ich bin Nila von Pointer und ich stehe gerade auf dem Campus der TU Kaiserslautern. Ich höre mich heute mal bei den Studenten um, wie stressig sie ihr Studium finden, wann sie am meisten Stress haben und ob sie vielleicht auch ein Geheimrezept haben, wie man Stress am besten vermeiden kann. Hast du Stress im Unialltag? Nur wenn die Klausuren sind, sonst eigentlich nicht. Ich habe jetzt ein Semester, wo ich sehr viel mit Präsentationen und Abgaben zu tun habe, aber ich denke, es hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie man sich das Semester selbst gestaltet. Also es ist auf jeden Fall in einem guten Rahmen, denke ich. In den Prüfungsphasen kann es recht stressig werden, weil die Termine für die Prüfungen ziemlich nah aneinandergelegt sind. Also im Alltag nicht, in der Prüfungsphase ja, aber ich glaube, das hat jeder Student. Würdest du deinen Studiengang als stressig bezeichnen? Nee, eigentlich nicht. Also da gibt es, glaube ich, andere Studiengänge, die wesentlich stressiger sind. Das kommt darauf an. Also man kann in unserem Studiengang sehr, sehr viele Blogseminare belegen über die Wochenenden. Wenn man das macht, hat man während dem Semester sehr viel zu tun. Aber da die Klausuren alle am Anfang der Semesterferien liegen, hat man auch sehr lange frei. Also ist auf jeden Fall ein guter Kompromiss. Und ich denke, im Vergleich zu anderen Studiengängen haben wir es als Sozialwissenschaftler schon sehr entspannt. An sich sind fast alle Studiengänge stressig. Ich würde meinen Studiengang nicht so besonders stressig bezeichnen. Es kommt darauf an. Also wenn man während der Vorlesung was macht, dann ist es eigentlich nicht so stressig. Aber wenn man halt das Lernen bis zur Klausurphase hinschiebt, dann wird es stressig. Diesen Ausgleich zwischen Studium, Arbeit, Freunde und Familie zu finden, ist manchmal ein bisschen stressig. Und das muss man sich halt einteilen. Aber jedes Semester, glaube ich, lernt man etwas dazu. Woher kommt denn der Stress, deiner Meinung nach? Von viel Druck. Also ich habe natürlich immer Schiss, dass ich durch die Klausuren durchfalle und dann nochmal schreiben muss. Und ich denke, teilweise macht man sich den selbst. Aber auch je nachdem, wie die Termine liegen, kann das natürlich auch zu Stress kommen. Ja, dass halt direkt nach den Vorlesungen oder Seminaren sofort die Prüfungen sind und halt alle, sage ich mal, in einem sehr engen Zeitraum. Das ist halt, wenn man halt gerade noch, sage ich mal, neue Themen noch eine Woche davor anschneidet und man muss das schon drei Tage später abrufen, das ist schon stressig. Hast du ein Geheimrezept, um zu entspannen und vom Stress runterzukommen? Geheimrezept jetzt direkt nicht. Aber meine Freunde, die helfen mir immer, um durch den Stress durchzukommen. Ja, Musik. Abends sein Trinken gehen, ab und zu daheim vorm Fernseher sitzen. Jeder braucht was anderes, um Runde zu kommen. Für mich ist Sport auf jeden Fall ein sehr gutes Ventil, um Stress rauszulassen. Aber andere Leute haben da vielleicht auch andere Methoden. Gut, ich denke mal so ausschlafen, sage ich mal, Ruhe bewahren und ich glaube schon, wenn man es machen würde, frühzeitig anfangen, das wäre so ein Rezept. Aber ich glaube, das machen die Wenigsten. Gibt es einen Ort, an dem du dich am entspanntesten fühlst? Zuhause. Im Wald. Ja, ich mag die Natur und dann im Wald ist es ruhig und kein Stress, würde ich sagen für mich. Ja, zuhause auf der Couch. . Wenn du, dann schna годstenn 여러분 crawl. Wenn du, dann schon mal Angst, was ver roarstellt blank und wahrscheinlich ganz interessiert,